Herzlich Willkommen in Karls Erlebnisdorf. Ein Ort, an dem Kinder und Erwachsene ihre Träume leben. Erlebe magische Momente mit Karls einmaligen Attraktionen. Genieße die Liebe, die durch deinen Magen geht, wenn du die süßen Naschereien aus Karls Manufakturen kostest. Ein Ort, der dich verzaubert und dir ein Lächeln schenkt. Komm zu Karls! Komm zu Karls!